Liebe Studierenden, herzlich willkommen zur Fortsetzung der Videoreihe Staatsorganisationsrecht. In diesem Video behandle ich mit Ihnen die Ausführung von Gesetzen, vor allem von Bundesgesetzen. Bei näherer Betrachtung geht es um zwei Grundfragen. Erstens um die Frage, welche Körperschaft, der Bund oder die Länder, Gesetze ausführen, also die zu ihrer Anwendung notwendigen Verwaltungshandlungen vornehmen darf. Dafür, und das ist die zweite Frage, muss bestimmt werden, wer zuständig ist, die dafür nötigen allgemeinen Modalitäten zu schaffen, etwa die zuständigen Behörden festzulegen und das anwendbare Verwaltungsverfahren zu regeln. Diese Festlegungen müssen vielfach ihrerseits durch Gesetz getroffen werden. Damit ist klar, dass die Ausführung von Gesetzen wiederum in Teilen selbst eine Angelegenheit für den Gesetzgeber ist. Bei Landesgesetzen liegen die Dinge einfach, was die Ausführung betrifft. Vielleicht kennen Sie den Merksatz, dass die Gesetzgebungskompetenz des Bundes die äußerste Grenze seiner Verwaltungskompetenz darstellt. Das heißt, wo der Bund für die Gesetzgebung nicht zuständig ist, kann er also auch für die Ausführung von Gesetzen keinesfalls eine Zuständigkeit haben. Die ausschließliche Zuständigkeit der Länder, ihre eigenen Gesetze auszuführen, ist in Artikel 30 Grundgesetz verankert. Dies ist einer von wenigen Fällen, in denen diese Norm zur Anwendung kommt. Auf Artikel 83 Grundgesetz dürfen Sie dafür nicht zugreifen, denn diese Vorschrift betrifft die Ausführung von Gesetzen des Bundes. Sie, die Ausführung von Bundesgesetzen, steht bei uns allerdings im Mittelpunkt. Die Ausgangsvorschrift Artikel 83 Grundgesetz ist ähnlich gestrickt wie Artikel 70 Grundgesetz. Sie spricht eine Vermutung dafür aus, dass die Länder für die Ausführung von Bundesgesetzen zuständig sind und erklärt die Zuständigkeit des Bundes rechtstechnisch zur Ausnahme. Während der Bund im Legislativbereich aber klar dominiert, ist er als Exekutive nur für wenige Sachbereiche zuständig. Viele Gegenstände bundeseigener Verwaltung können Sie Artikel 87 Absätze 1 und 2 Grundgesetz entnehmen. Weitere Kompetenztitel finden sich in den Folgeartikeln, wie zum Beispiel in Artikel 87b und 87d Absatz 1. Manche auch an eher versteckter Stelle, wie zum Beispiel im Falle des Artikels 87f Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz. Über die Terminologie steuert das Grundgesetz übrigens auch, in welcher Organisationsform der Bund seine Verwaltungssoheit wahrnimmt. Wo Sie bundeseigene Verwaltung lesen, sind damit öffentlich-rechtlich organisierte und unselbstständige Behörden gemeint. Der Begriff Bundesverwaltung ist im Verhältnis dazu weiter. Darunter fallen auch verselbstständigte Einrichtungen, ja selbst Verwaltungsträger auf privatrechtlicher Grundlage, wie dies Artikel 90 Absatz 2 Grundgesetz für die Verwaltung der Bundesautobahnen festhält. Zurück zu Artikel 83 Grundgesetz und zur Kompetenzverteilung. Dazu kann Artikel 83 Grundgesetz jedenfalls indirekt noch eine weitere Aussage entnommen werden. Die Zuweisung von Ausführungskompetenzen folgt dem Muster des Entweder-oder. Entweder ist der Bund zuständig oder die Länder sind es. Mischverwaltung, also die Ausführung von Gesetzen gemeinsam durch Bund und Länder, darf es nicht geben. Es sei denn, das Grundgesetz lässt Ausnahmen zu, wie in Artikel 91a, 91b oder Artikel 91c Grundgesetz. Der folgende Fall soll die soeben skizzierte Kompetenzordnung verdeutlichen. Die Bundesregierung möchte einigen Staatskritikern, die sich häufig im Regierungsviertel aufhalten und teils Waffenscheine besitzen, diese Erlaubnisse entziehen, weil sie einen Sturm wie im Januar 2021 auf das Kapitol in Washington D.C. fürchtet. Darf sie das? Nach Artikel 73 Absatz 1 Nummer 12 Grundgesetz hat der Bund die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz für das Waffenrecht. Aber das berechtigt ihn nicht zu Exekutivmaßnahmen nach diesem Gesetz. Dieses Recht liegt nach Artikel 83 und 84 Grundgesetz ausschließlich beim Land Berlin. Denn eine Bundeszuständigkeit, welche die konstitutionelle Vermutung zugunsten der Länder entkräftet, gibt es nicht. Ob der Bund wie hier ausschließlich oder konkurrierend zuständig ist, ist für Artikel 83 Grundgesetz übrigens egal. Entscheidend ist nur, dass es ein kompetenzgerecht erlassenes Bundesgesetz gibt, das ausgeführt werden muss. Ungeschriebene Verwaltungszuständigkeiten des Bundeskraft Natur der Sache sind prinzipiell denkbar, aber die Tatsache, dass die Waffenträger sich in der Nähe des Sitzes der Bundesregierung aufhalten, reicht dafür nicht aus. Für die Ausführung von Bundesgesetzen durch die Länder unterscheidet das Grundgesetz zwei Formen. Erstens die sogenannte Landeseigenverwaltung als Regelfall nach Artikel 83 und 84 Grundgesetz und zweitens die sogenannte Bundesauftragsverwaltung nach Artikel 85 Grundgesetz. Das Wort Bundesauftragsverwaltung kann leicht missverstanden werden. Es handelt sich um Verwaltung durch die Länder in einem nicht ausdrücklich erteilten, sondern pauschal unterstellten Auftrag des Bundes. Bei beiden Landeseigenverwaltung wie Bundesauftragsverwaltung liegt die Ausführungshoheit allein bei den Ländern. Trotzdem hat der Bund hier wie dort Einwirkungsrechte, die ich als Ingerenz bezeichnen will. Der Begriff findet im Schrifttum keine allgemeine Verwendung. Er umreißt aber ganz gut, was alle die Rechte gemeinsam haben, die wir im Folgenden erörtern wollen. Der Bund mischt sich ein. Das ist nicht überraschend. Schließlich geht es um die Ausführung von Gesetzen, die er selbst erlassen hat. Im Gegenzug können die Länder über den Bundesrat Einfluss darauf nehmen, wie das Gesetz aussieht. Die Ingerenzrechte sind bei der Bundesauftragsverwaltung stärker ausgeprägt als bei der Landeseigenverwaltung. Diese Feststellung liefert den Auftakt zur Beantwortung der zweiten eingangs aufgeworfenen Grundfrage, die den zweiten Teil dieses Videos bestimmt. Wer regelt welche Modalitäten der Ausführung von Bundesgesetzen durch die Länder und in welcher Form? Der Grundsatz ist erst einmal klar. Für das, was die Länder machen, sind die Länder zuständig. Das bestätigen Artikel 84 Absatz 1 Satz 1 und Artikel 85 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 für die Einrichtung der Behörden. Sie umfasst übrigens nicht nur die Zuweisung von Zuständigkeiten, sondern auch die Errichtung von Behörden. Für das Verwaltungsverfahren sind die Länder ebenfalls zuständig, wie Artikel 84 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz dies für die Landeseigenverwaltung festhält. Für die Bundesauftragsverwaltung ist nichts dergleichen festgelegt. Manche halten das für ein Redaktionsversehen. Wo die Länder verwalteten, seien sie auch primär für die Regelung des Verfahrens zuständig. Wer kein Redaktionsversehen erkennen will, und dazu gehört auch das Bundesverfassungsgericht, muss den Schluss ziehen, dass die Regelung des Verwaltungsverfahrens bei der Bundesauftragsverwaltung per se dem Bund obliegt. Systemwidrig erscheint das eigentlich nicht, weil Bundesauftragsverwaltung durch die Länder viel enger an den Bund angebunden ist als Landeseigenverwaltung. Auch bei dieser ist dem Bund aber daran gelegen, dass die Länder seine Gesetze ordnungsgemäß ausführen. Und um dies sicherzustellen, gibt ihm das Grundgesetz ein Set von Ingerenzrechten an die Hand, die insbesondere auch die gesetzliche Regelung der Behördeneinrichtung und des Verwaltungsverfahrens betreffen. Weil diese Gesetzgebungsbefugnisse mitunter an die Zustimmung des Bundesrats geknüpft sind und weil eine einzige zustimmungsauslösende Regelung das ganze Gesetz zustimmungspflichtig macht, sind die Vorgaben der Artikel 84 Absatz 1 und 85 Absatz 1 Grundgesetz auch für die Fallbearbeitung beachtlich. Und zwar schon auf der Stufe der formellen Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes. Ich will Ihren Blick zunächst auf die Bundesauftragsverwaltung lenken, weil sich die Regelung hier weniger kompliziert ausnimmt. Der Bund kann, so steht es in Artikel 85 Absatz 1 Satz 1 Halb Satz 2, die Einrichtung der Behörden, wohlgemerkt, wir sprechen von Behörden der Länder, durch Gesetz regeln. Durch Gesetz, dass der Zustimmung des Bundesrats bedarf. Über das Verwaltungsverfahren sagt dieser Absatz nichts. Das Bundesverfassungsgericht hat daraus geschlossen, dass der Bund es regeln darf, ohne dass die Zustimmung des Bundesrats dafür erforderlich ist. Trotzdem sollten Sie die prüfungstechnischen Anforderungen des Artikel 85 Absatz 1 Grundgesetz nicht unterschätzen, auch weil Sie zunächst ermitteln müssen, ob Bundesauftragsverwaltung vorliegt. Das ist immer dann der Fall, wenn das Grundgesetz Sie ausdrücklich vorsieht oder zulässt. Zum Beispiel unterliegen Bundesfernstraßen, die keine Autobahnen sind, nach Artikel 90 Absatz 3 Grundgesetz der Bundesauftragsverwaltung. Oder schauen Sie zum Beispiel einmal in Artikel 87c Grundgesetz hinein. Im Bereich der Kernenergie herrscht Bundesauftragsverwaltung, wenn der Bundesrat dem zugestimmt hat. Dies löst nach Artikel 85 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 Grundgesetz ein weiteres Zustimmungserfordernis aus, falls der Bund die Einrichtung der Behörden regeln will und dies in einem eigenständigen Gesetz tun möchte. Die für die Landeseigenverwaltung geltenden Bestimmungen sind durch die Föderalismusreform leider sehr kompliziert gestaltet worden. Achten Sie hier genau auf den Wortlaut und ob von Einrichtung der Behörden oder Verwaltungsverfahren die Rede ist. Für beides sind die Länder, wie schon gesagt, prinzipiell zuständig. So Artikel 84 Absatz 1 Satz 1 Satz 1. Für beides kann der Bund durch Gesetz aber anderes bestimmen. Also Behördeneinrichtung und Verwaltungsverfahren selbst regeln. So Artikel 84 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 1 Grundgesetz. Geschieht dies, können sich die einzelnen Länder durch abweichende Regeln wiederum dem Regelungszugriff des Bundes entwinden. Artikel 84 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2. Für diese besondere Form der Abweichungsgesetzgebung nimmt Artikel 84 Absatz 1 Bezug auf die allgemeine Regel des Artikel 72 Absatz 3 Satz 3 Grundgesetz, also den Vorrang des jeweils späteren Gesetzes. Der Bund hat jedoch auch einen goldenen Pfeil im Köcher. Er kann das Verwaltungsverfahren, allerdings nur dieses, nicht auch die Behördeneinrichtung, das Verwaltungsverfahren kann er selbst regeln und das Abweichungsrecht der Länder ausschließen. Er benötigt dafür aber die Zustimmung des Bundesrats. Außerdem muss er ein besonderes Bedürfnis nach bundeseinheitlicher Regelung und das Vorliegen einer Ausnahmekonstellation nachweisen. Die Bundesgesetzgebung nach Artikel 84 Absatz 1 Grundgesetz ist trotz Bezugnahmen auf Artikel 72 Grundgesetz eine ganz eigene Gesetzgebungsform, die in das Raster der Gesetzgebungszuständigkeiten von Bund und Ländern nicht so recht passt. So viel zur Ingerenz durch gesetzliche Regelung der Behördeneinrichtung und des Verwaltungsverfahrens. Es gibt in Artikel 84 und 85 aber noch weitere Ingerenzrechte des Bundes. Aufsichtsbefugnisse, von denen Ihnen zumindest zwei auch in der Klausur begegnen können. Bei Artikel 84 der Landeseigenverwaltung ist die Aufsicht des Bundes Rechtsaufsicht. Also darauf beschränkt, dass die Länder die Bundesgesetze dem geltenden Recht gemäß ausüben. So Artikel 84 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz. Ohne konkreten Anlass kann er dafür allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen. Er kann zur Einhaltung des Rechts Beauftragte entsenden und Mängel rügen. Ab hier wird es für Sie interessant. Denn die Mängelrüge kann in einen Bund-Länder-Streit münden. Lesen Sie Artikel 84 Absatz 4 Grundgesetz und § 13 Nummer 7 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, der das Mängelrügeverfahren ausdrücklich als einen Fall der Bund-Länder-Streitigkeit in Bezug nimmt. Dafür gelten aber Sondervorschriften. Zunächst muss der Bundesrat über die Rechtsverletzung des Landes entscheiden. Bestätigt er sie, kann das betroffene Land das Bundesverfassungsgericht anrufen. Und zwar, das ist eine weitere Besonderheit, gegen just diesen Bundesratsbeschluss. Die dritte Besonderheit ist die kurze Frist von einem Monat, die § 70 Bundesverfassungsgerichtsgesetz dafür setzt. Hat der Bundesrat dem Land aber attestiert, rechtmäßig gehandelt zu haben, kann der Bund gegen das Land klagen. Dies ist dann vom erforderlichen Vorverfahren abgesehen, aber die Normalform des Bund-Länder-Streits. Bei Bundesauftragsverwaltung sind dem Bund, wie sie der Lektüre des Artikel 85 Grundgesetz rasch entnehmen können, viele Aufsichtsrechte eingeräumt, die auf den ersten Blick den bei Landeseigenverwaltung eröffneten sehr ähnlich sind. Und doch besteht ein erheblicher Grundunterschied. Aufsicht bei Bundesauftragsverwaltung ist Fachaufsicht. Also Aufsicht, die sich nicht nur auf die Gesetzmäßigkeit, sondern auch die Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandels erstreckt. Siehe Artikel 85 Absatz 4 Satz 1 Grundgesetz. Das zweite wichtige Klausurproblem, das ich mit Ihnen erörtern will, betrifft das prozessuale Vorgehen von Ländern gegen rechtswidrige Weisungen des Bundes. Eine Rolle scheint es praktisch nur bei Bundesauftragsverwaltung zu spielen, weil die Fachaufsicht sie viel weisungsaffiner macht. Was ist nun, wenn das Land eine Weisung, weil es sie als rechtswidrig erachtet, nicht akzeptieren will? Dazu ein Beispiel. Das Energieunternehmen U beantragt dem Bundesland L die Genehmigung für ein Atomkraftwerk. Das Vorhaben erfüllt auf Sicht des Landes die für die Genehmigung erforderlichen Sicherheitsstandards nicht. Das Bundesland L verweigert daher die Genehmigung. Das zuständige Bundesumweltministerium ist hingegen von der Rechtmäßigkeit der Genehmigung überzeugt und weist die zuständige Landesregierung in L an, die Genehmigung zu erteilen. Frage nun, verletzt die Weisung das Recht von L aus Artikel 85 Grundgesetz? Ein Bund-Länder-Streit ist nur zulässig, wenn das Land möglicherweise in eigenen verfassungsmäßigen Rechten verletzt ist. Hier könnte das Recht betroffen sein, Bundesgesetze auszuführen. Die Erzeugung und Nutzung der Kernenergie wird nach Gebrauch machen von der Ermächtigung in Artikel 87c Grundgesetz in Bundesauftragsverwaltung ausgeführt. Artikel 85 Grundgesetz ist also anwendbar. Die Weisung ist auch an die zuständige Stelle adressiert worden. Bundesverfassungsgericht und herrschende Meinung sehen für eine Rechtsverletzung aber dort, wo ein fachaufsichtliches Weisungsrecht dem Grunde nach besteht, auch dann keinen Raum, wenn das Land zu rechtswidrigem Handeln angewiesen wird. Die Wahrnehmungskompetenz, also das Recht, dem eigenen Namen zu handeln, sei nicht eingeschränkt. Sie verbleibe dem Land auch bei Weisung. In seiner Sachkompetenz, also dem Recht inhaltlich zu entscheiden, sei das Land aber auch nicht verletzt, denn sie ziehe der Bund mit der Weisung ja stets an sich. Haben Sie eine Idee, was man darauf entgegnen könnte? Nun, man könnte dieser Ansicht entgegenhalten, dass das Land für rechtswidriges Verwaltungshandeln den Verwaltungsadressaten gegenüber verantwortlich ist und gegebenenfalls sogar haften muss und dass die Weisung dann schon zu einer Beeinträchtigung des Landes in seiner Verwaltungshoheit führe. Anders sieht dies aus, wenn ein Weisungsrecht in solcher Form nicht besteht. Wie der folgende Fall verdeutlicht. Im Land L haben zu Beginn des neuen Wintersemesters ungewöhnlich viele Studierende einen BAföG-Antrag gestellt. Die durchschnittliche behördliche Bearbeitungsdauer verlängert sich daher auf drei Monate. Die Bundesregierung will etwas dagegen unternehmen und die Länder einschließlich L anweisen, die Bearbeitungsdauer ihrer Behörden auf maximal drei Wochen zu verkürzen. Zurecht? Bei dem BAföG handelt es sich um ein auf Grundlage von Artikel 74 Absatz 1 Nummer 13 Grundgesetz erlassenes Bundesgesetz. Nach dem Grundsatz des Artikel 83 Grundgesetz führen die Länder die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit aus, soweit das Grundgesetz nicht etwas anderes bestimmt oder zulässt. Eine solche Kompetenzzuweisung an den Bund ist dem Grundgesetz ebenso wenig zu entnehmen wie die Anordnung von Bundesauftragsverwaltung. Damit handelt es sich um einen Fall der Landeseigenverwaltung, für den die Regeln des Artikel 84 Grundgesetz gelten. Die Aufsicht der Bundesregierung beschränkt sich daher gemäß Artikel 84 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz auf die Kontrolle der Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandels. Die Kontrolle der Verwaltungseffizienz, wozu auch die Bearbeitungsdauer von Anträgen zählt, stellt eine Zweckmäßigkeitserwägung dar. Diese ist von der Rechtsaufsicht nicht umfasst. Fachaufsichtsrechtliche Weisungen wie diese sind hier schon im Grunde nach unzulässig. Sie verletzen die Länder in ihrem Recht auf Eigenverwaltung aus Artikel 84 Grundgesetz. Abschließend noch ein Blick auf die intensivste Form der Ingerenz. Der Bund kann den Ländern die Zuständigkeit für die Ausführung von Bundesgesetzen teilweise oder sogar ganz entziehen. Er kann eigene Behörden schaffen, die dann natürlich auch dem Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes unterliegen. Anders als sie vielleicht vermuten werden, kommt das häufig vor, wo es um die obere Verwaltungsebene geht. Es wimmelt geradezu von Bundesoberbehörden, von Bundesämtern und Bundesanstalten bzw. Agenturen und das in allen möglichen Sachbereichen. Die Schwelle zu ihrer Einrichtung ist durch Artikel 87 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz auch nicht besonders hoch angesetzt. Lesen Sie die Norm und überlegen Sie sich kurz, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Dem Bund muss erstens natürlich die Gesetzgebung nach Artikel 71 oder 72 zustehen für die Sachmaterie. Die Behörde selbst muss zweitens auch durch Bundesgesetz errichtet werden. Und als drittes ungeschriebenes Merkmal kommt hinzu, dass die Aufgabe, die erfüllt werden soll, eine zentrale sein muss. Der Bund soll ja nicht nach belieben Verwaltungsbefugnisse der Länder an sich ziehen können. Unter den Voraussetzungen des Artikel 87 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz kann der Bund sogar eine Behördenhierarchie errichten. Aber diese Schwelle ist formell wie materiell viel höher. Neue Aufgaben sind gefordert unter dringender Bedarf, vor allem aber die Zustimmung des Bundesrats, was die Vorschrift für Klausursteller interessant machen kann. In der Staatspraxis dagegen ist sie noch nie zur Anwendung gelangt. Damit sind wir am Ende der Videoreihe zum Staatsorganisationsrecht angelangt. Ich wünsche Ihnen alles Gute und erfolgreiche Prüfungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017